hallo und herzlich willkommen zurück liebe freunde bei einer weiteren folge von scrap mechanic hi robin hi so wir sind ja wie ihr der letzten folge auch noch wusstet in der bauphase unseres hauses unseres kleinen eigenheims ja so ich beginne hier gerade mit dem fundament und was machst du ich baue uns eine hupe die die es wert ist hupe genannt zu werden für ein laster wie laut hast du dein spiel eigentlich weil dann kann ich jetzt sein weil die leute sind dir deine dingens audio so ein bisschen weniger als hälfte also den master volume bisschen weniger als hälfte und alle anderen habe ich genauso gelassen wie sie waren also ich sag mal so in so eine daumenbreite weniger als hälfte also alles auf 100 prozent oder was ja bis auf den master den master habe ich halt so angepasst dass mir schön passt weil abgemischt finde ich das spiel eigentlich gut jetzt bloß keine andere verbindung löschen ja sollte passen alles cool wenn nicht dann müssen wir es in der zweiten aufnahme noch mal ändern kregen wahrscheinlich what the fuck sinkt das u-boot oder was hallo das ist laster hast du das eigentlich was der rufe ja gerade habe ich so gehört aber jetzt finde ich höre ich gerade die musik ist eigentlich ganz schön schön ich habe die immer so so aus ja ich finde die auch ziemlich schön finde allgemein so die sounds von scrap mechanic vollstimmig das ratter der dinge ist das röhren der tröte ja warum ist in seinem element freunde also das könnte melodischer sein oder sehr basslastig auf jeden fall ja ich habe es jetzt auch nur die bass hat benutzt hier ach du machst robin das update das hast du gerade erwähnt ja tot bord hat genau es gibt jetzt kaputte böse böse roboter die tun einem aber nichts mehr sondern sind nur noch die köpfe und da funktionieren aber die stimmen noch das heißt man kann damit lustige ja tonenschaltungen machen finde ich voll schön auch kommen noch so ein synthi doesnt you do 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 aller stresst mich meist nicht so ich möchte hier bitte ganz entspannt bauen wäre auch nett wenn du ein bisschen entgegenkommst und das dann klappen würde es kann sich auf wenig wenigstens richtig männliche truck hupen bauen und nicht so etwas lächerliches wie vor ein paar folgen wie der roadrunner hey geht ab geht ab du sagst ich könnte jetzt noch drums einbauen ein ganzes orchester klar i like there's an orchestra in the lounge room du weißt schon was machst du da eigentlich stützen meinst du das fällt sonst runter du hast schon angefangen damit deswegen dachte ich mir ich mache das für mich früher erstmal fort ach so nein ich dachte du willst die platte abstützen mit deinem lift die kann gucken wo sie bleibt was hat denn stütze warum sind die jetzt zwei blöcke groß die anderen sind nicht zwei blöcke groß das ist nicht symmetrisch die sind alle gleich nee das ding hier ist zwei blöcke hoch guck jetzt passt es nicht jetzt passt es immer noch nicht ich habe nichts geändert man doch das ist hier guck so hast du das gemacht zwei blöcke hoch das hier wäre ein block hoch nein habe ich nicht hast du doch mal die anderen an nee die anderen sind auch ein block hoch ja ja den habe ich gerade ein block hoch den habe ich gerade wieder gekürzt aber was machst du denn da hä ich rober bist du verwirrt ich habe den guck sie in der aufnahme an man jetzt hast du meine ganze schöne stütze hier durcheinander geworfen guck dir das mal an guck dir mal an wie das jetzt aussieht toll und den block kann ich nicht weg machen nein das wollte ich nicht löschen na toll jetzt haben wir so ein schand ding da drin ein schandfleck so ne jetzt sieht es gewollt aus guck wie so ein dreckiger auf dem teller so guck alles cool das sieht jetzt schon aus als würde es halten hat könnte schon grob hinkommen wir ja wir sind halt hier mechaniker ne und keine architekten oder statiker oder so ja das kommt schon hin grob über den daumen obwohl mit statik habe ich auch was zu tun ach ja du ja schon ne okay wenn es zusammen kracht bist du schuld okay hey um die ecke springt oh scheiße ich glaubt und wieder ja herzlich willkommen zurück zu adventure web ich sag's dir irgendwann sollte man das auch nochmal auf ich glaube ich hab gerade auf meinen topschutz gesammert jo da ist ein tropfen robert war so erschwasst von der materie hier wusste gar nicht mehr wie geschieht ich mach den lift nach so tür zu hier weil das ist voll unsafe ansonsten und dann springen wir über die sicherheitsabdeckung so machen wir einfach so eine ohr machen wir so eine bodenplatte und jeder baut darauf sein eigenes haus so so eine kleine hütte können wir von mir so auch tun das wäre doch voll cool dann kann jeder quasi sein seinen inneren du weißt schon dann kann jeder seine seine baulust befriedigen seine kreativität rauslassen warum hört sich das bei dir alles so pervers an ja gut kollege wie soll da kommen dann weiß ich dir einfach noch drei dingens breiter passt schon ja ne eigentlich reicht ja schon so ist ja schon gut was brauchst du einen knast oder was möchtest mich entfalten können freundchen ja gut pass auf stell du dich oben in den in den büppel rein und ich fahr los ich fahr so drum rum und du baust sachen ja dann fahr den büppel mal runter ja wie soll ich das denn machen das kann ich nicht von hier unten aus das sollten wir vielleicht auch noch einbauen dass das geht ne voll kann sein einzige fehler in diesem makellosen plan ja pass auf du brauchst das haus weiter und ich baue eine zweitsteuerung okay komm ich mir klar oh shit das wird aber spannend weißt du man sagt ja immer never change running system aber die regel ist eigentlich nur für langweiler ja seh ich mach mal ich mach mal deinen sitz weg und mach mal da ein loch in den boden guck mal weißt du so einfach wirst ja aussortiert so und hier bauen wir jetzt ein ein ohrgatter genau sag ich ja so brauche ich denn nicht vier ohr ach du scheiße ich brauche vier ohrgatter so der kollege ist ja 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 14 16 17 18 breit so was hier nur strippen im gesicht ja so ein bisschen unübersichtlich so als erstes mache ich den für runter weil der wird am kompliziertesten kriegst du kriegst hier schon mal 60 grad vorbelastung du auch und dann machen wir noch 30 grad rein ja easy läuft doch jetzt hätten wir jetzt wie schützen wir unrealistisch aber ist egal eigentlich ist ja besser wenn es irgendwie schneller er aber das macht es ja auch nicht schneller letzten endes ist es egal also der knopf nach unten der stößt das ding an das heißt ich muss jetzt mit dem knopf nach unten den da anstoßen und das ding hier vom knopf nach unten abkoppeln dann muss ich dieses hier hier mitkoppeln so ok jetzt bin ich auch kurz ruhig konzentriert geblieben hier abzählen den shit so 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 runter schon geht runter geht so wir müssen jetzt beide gleich viel also wir müssen jetzt beide gleich viel platz haben rauf ist rauf wo führt denn rauf hin der hier ist rauf ja auch jetzt ein zweites ich mache mal runter in rot und rauf in grün natürlich passt ja viel ich will doch nur auf das gebäude drauf das geht's ja nicht so 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 Ja, das ist gut. Achso, ich muss hier noch runterschalten auf 2, dann mache ich hier noch Links ist lila Ist alles gar nicht mal so leicht Das ist alles gar nicht mal so leicht Okay, jetzt aber So Boah, wir sagen voll viel, ne? Das ist gerade richtig spannend Ja, ich bin auch schon gerade, es tut uns echt leid, Freunde, aber wir sind gerade hart am konzentrieren So sieht das mal aus Dieses geht an dieses Achso, oh ja, ich muss natürlich jetzt auch den Dieses geht an Dieses Oh, Alter, diese Schaltung, ne? Okay Jetzt brauche ich noch rechts Rechts wird Gelb Oder orange Ja, genau, ich lasse einfach orange So Alles klar Grenze abgesteckt Äh Oh, die Folge ist auch schon wieder vorbei Ja gut Jetzt Haben wir mal den Grundstein vernünftig gelegt Die Grundplatte wurde Äh Schon mal Gebaut Gebaut, genau Äh Ja Jetzt geht's ans Häuser bauen Ich denke mal, dass Robin auch nächste Folge uns joinen wird Denn der Typ ist ein Experte, was Schaltung eigentlich Der wird das ziemlich schnell gefixt Äh Gefixt haben So Naja, wir bedanken uns erstmal recht herzlich fürs Zuschauen Und sagen bis zum nächsten Mal, macht's gut Tschüss 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 Tschüss